. Yo, Noname! Wie du siehst, ich habe alles im Griff. Und wie du auch siehst, Josef ist gerade hier am Suchen. Und wenn wir es hier nicht finden, dann gehen wir noch über zur Pyramide suchen. Schöfli! Wo ist das Schöfli? Schöfli! Hm... Sag doch! Schöfli! Schöfli! Ah, jetzt habe ich aber etwas gehört. Ah, das ist nur Schnappi. Wo ist denn Schöfli echt? Wo ist meine Brille? Ist sie irgendwo da? Vielleicht sehe ich sie von hier oben. Irgendwie muss sie doch sein. Wo ist sie? Schöfli! Schöfli! Wo bist du? Ah! 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 Er schreit mich doch nicht! Also ja, Friat... Also ich natürlich nicht, aber Benjamin da drin, den findet ihr glaube ich nicht mehr raus. Wir werden dann noch warten, bis wir weiter suchen können. Also hier ist Schöfli nicht, aber ich weiss jetzt nicht mehr, wo drauf ist. Ich habe mich irgendwie verlaufen. Wo geht's raus? Wissen ihr das? Hilfe! Hilfe! Schöfli habe ich nicht gefunden, aber mich selber verloren. Hilfe! Wir sind jetzt hier gerade im Stall, da sind wir am Suchen und... Was macht ihr denn hier? Ja, Schöfli haben wir halt nicht gefunden. Aber dafür sonst herzige Tiere nicht! Ich finde das so schön, dass ihr mir alle helfen, meine Brülle zu finden! Nein, wir suchen nicht deine Brülle! Wir suchen Schöfli! Suche! Apropos Suche! Ich suche jetzt übrigens meine Brülle! Noch noch mehr! Was willst du noch? Nein, wir kommen sicher nicht jetzt schon heim! Wir kommen erst heim, wenn wir Schöfli gefunden haben!